Hey, was geht ab ihr geilen Schnittchen? Ich melde mich auf diesem sehr ungewöhnlichen Wege bei euch, denn YouTube hat uns gefragt, ob wir nicht beim YouTube Game On mitmachen möchten. Das Ganze findet morgen statt um 22 Uhr deutscher Zeit oder 1 p.m. Pacific Time, je nachdem wie ihr es gerne hättet. Und das ist ein riesengroßer Livestream, der von YouTube ausgerichtet wird, in dem es viele kleine Minispiele gibt. Aber das Wichtigste ist, ihr könnt im Live-Chat auf YouTube Live einfach kommentieren und das Ganze in eine bestimmte Richtung bewegen durch euer Engagement im Chat. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, gar kein Problem. Klickt jetzt unten auf den Link in der Videobeschreibung. Seid mit dabei und freut euch drauf, weil ich glaube, das wird ziemlich cool. Jeder und ich waren mit am Start und das hat sehr viel Spaß gemacht und für so ein paar Voraufhänger zu sorgen. Und ich glaube, das Ganze wird einfach nice. Deswegen klickt jetzt unten drauf und viel Spaß noch bei den anderen Videos bei uns auf dem Kanal.